Oh, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu RapWarp Minecraft immer noch allein in Missionen, immer noch allein empfehlen. Bäh, mach das Brett zu. Äh, eigentlich wollte ich in eine Höhle gehen. Und endlich dieses scheiß Questbuch weitermachen. Es ist noch leider ein großes Problem, was wir hier haben. Und das Ganze nennt sich Essen. Das ist aber auch hier weit und breit, aus was für Gründen auch immer, nix zu essen gibt, kann man da auch nicht weiter. Ich verstehe es ja irgendwie nicht. Also, aber soll jetzt auch nicht das Problem sein. Shigo Dalu. Das ist eine Höhle, wir gehen jetzt einfach hier runter. Hier gibt es wieder 10.000, äh, Gesteinsorten, die es im normalen MC nicht gibt. So, Ghosts, Steinkohle haben wir hier. Bereit vorgekommen haben sie sich aber hier auch noch nicht. Was haben wir dann hier? Das ist dieses Ghost, das ist dieses Copper-Uhr. Boah, was ist alles Copper, Bronze, oder? Dann haben wir das Ghost-Gelumbe. Das ist Zinnerz. Das ist Ghost, also Ghost-Arian. Das wird wohl das sein, was hier am unspektakulärsten sein wird. Kohle, andere Kohle, irgendwas mit Celsius. Ich nehme das hier trotz all dem mal mit. Das kennt man ja mittlerweile. Bäh. Und Silber, Silber. Ich brauche eigentlich Silber, ich brauche Reisen. Hm. 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 Mal gucken, was wir hier um sie kriegen. Wer werden die Sterben, weil wir nichts zu essen haben. Die Pilze können uns da ja eigentlich minimalistisch retten, aber Tinguor. Das ist aber ein sehr gutes Mud-Paket, Arrow. Salz ist das. Das ist hier wieder was anderes. Das nimmt sich wieder nichts an. Also, das war das hier. Jetzt ist die Frage der Fragen. Pilz-Suppe. Die konnte man ja machen. Aber fragt mich nicht mehr wie. Ah. Ah. Um, um, um. Um, 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 um. Gute Frage. Scheiße, wie war das? Um, 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 um. Okay. Ja. Soja, man muss bloß ein bisschen experimentieren. Puh, so schön. Jetzt zwei, jetzt zwei und dann nehmen wir jetzt hier nochmal zwei mal die Pilze mit. Gut, haben wir uns doch schon mal mehr Arm hinter gerettet. Äh, das andere allgemeine Problem, was hier trotzdem vorherrscht ist, dass das erstmal der falsche Stein war. Äh, die Steine sind nämlich dafür nämlich auch nicht geeignet. Dafür bräuchte es erst wieder normale Steine. Äh. Okay. Das ist ja, wenn man ja tausende von Blecken hat. Was? Ich bräuchte noch einen. Danke. Ach ja, stimmt. Da brauche ich ja mehr wie vier. So, 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 so. Äh, setzen wir uns einfach mal hier hin. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie, ich sag ja, irgendwie noch rausfinden. Eisen, aber Eisen war Iron, meines Erachtens. Eisen, Iron, ja doch, Iron. Also Iron war Eisen. Wir brauchen also dementsprechend Iron Ore, so. Für dieses komische Gedöns. Und davon habe ich hier, momentan, erstaunlich, wenig, gar nichts. Kupfererz, Kopferer Ohr, Kopferer Ohr, Kopferer Ohr, das ist der Unterschied. Aber eigentlich das, ich habe hier Dinger reingelegt. Schrei mich halt nur, was Tin war. Was zur Hölle ist Tin? Äh, da gab es ja über 10.000 unterschiedliche Lösungsansätze hier. Und man hebt die ganze Scheiße auf, bleib mal hier. Ach ja, hier, wie bitteschön. Äh, weg damit, 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 danke. Wären auch Kupferbarren draus, oder wie? Achso, ne, das hatte ich nicht vorher produziert, gut. Äh, was kommt da jetzt raus? Tin. Ja, was zur Hölle ist Tin? Äh, Tin, toll, Tin. Das hier oben könnte doch heißen sein, oder? Ne, das ist auch Tin, was zur Hölle ist denn Tin? Gehen wir mal kurz dieses Schöne. Ne, halt, das war, das ist das falsche Buch. Das können wir im Übrigen wegschmeißen. Das hier ist das Richtige. Yes, yes. Äh, Vanilla. Open. Äh, ein Eisenblock soll ich machen. Soweit ja ganz normal. Bloß, dafür müsste man ja auch irgendwie erst einmal dafür was hinbekommen. Ich gebe es persönlich erst einmal auf. Wir sind dann nächste Woche mit einem Experten unterwegs, wie man immer so schön sagt. und es ist auch schon wieder nacht ich habe jetzt eine lust hier raus dann ziehen wir uns einfach wieder zurück und sind wir vielleicht nächstes mal sogar in der anderen welt ich weiß es noch nicht aber ein was habe ich hier schon mal gelernt in dieser woche allein überlebe ich keine fünf minuten ja ich kann ja nicht mal ins haus reingehen ohne rauszugehen in dem sinne wir sind hier fertig dann bis nächste woche mit den dinobot zur hölle ist jetzt hier genau in dem sinne